So Johannes, dann mal Butter bei die Fische. Hamburg oder Bremen? Im Herzen natürlich Bremen, klar. Ich komme von hier und Werder ist mein Verein. Aber in Hamburg kann man auch mal ganz gut Kaffee trinken. Also Hamburg oder Bremen? Bremen. Ein Leben ohne Werder oder ein Leben ohne Musik? Na, da muss ich ehrlich sein. Ein Leben ohne Musik wäre schon sehr schwierig, weil dann wäre ich ja auch direkt arbeitslos und ich mache natürlich auch privat wahnsinnig viel Musik. Das würde mir das Herz brechen, aber ich müsste mich für ein Leben ohne Werder entscheiden. Nordderby oder kein Nordderby? Na ja, also natürlich Nordderby, klar. Ich bin gespannt, was der HSV in der zweiten Liga jetzt anstellt. Und jetzt haben sie sich ja so ein bisschen gefangen und ich gehe nicht davon aus, dass sie im ersten Jahr aufsteigen. Aber sagen wir mal Nordderby 2020. Wobbswede oder Osterdeich? Ja, in Wobbswede bin ich natürlich aufgewachsen, aber ich habe schon sehr viele gute Erinnerungen an Osterdeich. Ich würde sagen Osterdeich. Fan oder CSR-Botschafter? Fan. Ich meine, ich war immer Fan. Ich bin Fan und bin dann CSR-Botschafter geworden, aber im Herzen bin ich natürlich in erster Linie erstmal Fan. Sänger oder Botschafter? Sänger. Ich mache eben schon ewig Musik und singe schon ewig und deswegen Sänger. Trikot oder Gitarre? Ich bin auch jemand, der auch mal ohne Trikot ins Stadion geht, aber ohne Gitarre ist schwer. Also ich spiele schon eigentlich fast jeden Tag Gitarre und schreibe mir mal einen Song, spiele auf der Bühne Gitarre. Ist schon irgendwie was, an dem ich mich auch gerne festhalte. Also ja, Gitarre. Solo oder Band? Band. Ich bin sehr gerne mit der Band unterwegs und auch wenn ich Solo spiele, hole ich mir eine Band dazu. Also so ganz alleine auf der Bühne. Weiß ich nicht, dann schießt man auch keine Tore. Also Max Kruse alleine auf dem Feld, das bringt ja auch nichts. Der braucht auch seine Mannschaft und das brauche ich eben auch. Remix oder Unplugged? Naja, Unplugged natürlich. Also Remix, habe ich wenig Erfahrung mit, kann auch nicht so richtig viel damit anfangen. Und Unplugged ist was, was ich immer großartig fand und auch immer noch finde. Schief singen oder Autotunen? Ich finde es nicht schlimm, auch mal schief zu singen. Ist ja kein Problem. Alle meine Lieblingssänger machen das auch absolut regelmäßig. Eddie Werder zum Beispiel von Pearl Jam, der finde ich der großartigste Sänger der Welt. Der singt öfters mal schief und es ist total okay, aber menschlich. Beim Gitarre spielen. Picking oder Strumming? Strumming. In der Band als Sänger spielst du eher Strumming, als dass du einzelne Töne spielen musst. Halle oder Open Air? Open Air finde ich schon sehr schön. So ein lauer Sommerabend, wo die Sonne untergeht, ist cool. Aber ich glaube eine ausverkaufte Halle bis unter das Dach und alle Schreien rum, würde ich dann vorziehen. Freunde bleiben oder ich lasse für dich das Licht an? Na ja, Freunde bleiben war so der erste große Song für uns. Ich glaube, ich lasse für dich das Licht an, ist für mich aber die zeitgemäßere, modernere Variante. Konzert oder Festival? Beides gut. Schwierig. Ich bin froh, dass ich mich nicht entscheiden muss, aber müsste ich es, würde ich sagen, Konzert. Weil da kommen die Leute dann eben doch nur deinetwegen und warten nicht, sagen wir mal, auf die Fufa, dass sie drei Stunden nach dir spielen und schmeißen dir Bebelchen auf die Bühne. ÖVB-Arena oder Music Hall? Also die Music Hall ist natürlich schon eine sehr charmante Venue, die ich sehr gerne mag, wo ich immer total gerne gespielt habe. Aber die Masse der Menschen in einer vollen ÖVB-Arena ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also ich würde sagen, unentschieden und jedes Jahr was anderes. Nein. Du musst dich entscheiden. Music Hall. Danke. Mark Foster oder Jan Delay? Jan Delay kenne ich nicht besonders gut, muss ich sagen. Mark Foster kenne ich sehr gut, ist ein enger Freund, deswegen Mark Foster. Clemens Fritz oder Felix Wiedwald? Das ist gemein. Klar. Die sind beide sehr nett, deswegen ist es da wirklich sehr schwierig, sich zu entscheiden, finde ich. Also ich meine, du kannst ja Äpfel nicht mit Birnen zu vergleichen. Nein, da mache ich von meinem einmaligen Vetorecht Gebrauch und will mich nicht entscheiden. Hier gibt es kein Vetorecht. Clemens Fritz oder Felix Wiedwald? Felix Wiedwald. Ist das eine Frage oder eine Antwort? Felix Wiedwald. Moisander oder Barkfrede? Kenne ich jetzt beide nicht persönlich. Wir spielen beide einen super Fußball. Barkfrede, würde ich tippen, ist ein Typ, mit dem ich gut betreten könnte. Kruse oder Harnik? Ja, schwierig. Aber Max Kruse. Rehagel oder Schaf? Schaf. Schaf oder Kohfeldt? Schaf. Diego oder Miku? Miku. Joko oder Klaas? Klaas. Familie oder Freunde? Familie. Auf was verzichten? Augen oder Ohren? Ohren. Vollbart oder Dreitagebart? Dreitagebart? Ist das ein Dreitagebart? Ach, drauf verzichten meinst du? Nö, was man gerne hat. Achso, ja, Dreitagebart. Aber ist das ein Dreitagebart? Ist das so ein wahnsinns Bartwuchs? Alleinunterhalter oder Teamplayer? Teamplayer. Golf oder Tennis? Golf. Spielst du Golf? Ja. Insta-Post oder Insta-Story? Insta-Story? Nutzt du Instagram? Ja, schon. Kennst du den Unterschied zwischen? Na. Ich frage lieber nochmal. Also du wärst nicht der Erste, der es nicht wüsste. Aber Fußballer wissen das alle. Natürlich. Kaffee oder Tee? Kaffee. Reisen oder zu Hause bleiben? Reisen. Stadt oder Land? Schwierig, aber Stadt. Licht an oder Licht aus? Licht an. Radio oder Fernsehen? Radio. Sushi oder Burger? Sushi. Das sind einfache Fragen. Ich merke schon. Das ist einfach. Kochen oder Essen gehen? Essen gehen. Ich kann wirklich nicht besonders gut kochen und bin da immer auf andere angewiesen. Zimmer mit Blick oder Zimmer ohne Blick? Ja, Zimmer mit Blick natürlich. Morgen Mensch oder Morgenmuffel? Morgen Mensch. Spinner oder Gewinner? Spinner. Kein Kontakt mehr oder Freunde bleiben? Freunde bleiben. Mit dir chillen oder mit dir Musik machen? Mit dir Musik machen. Okay. Selig oder unheilig? Selig. Sing mein Song oder The Voice Kids? Sing mein Song. MTV oder Viva? MTV. Silbermond oder Die Happy? Das ist auch wirklich gemein. Also ich meine, könnte ich mich kaum entscheiden. Die Happy? Eine Frage? Die Happy. Bundesvision Song Contest oder Eurovision Song Contest? Bundesvision Song Contest. Schade, dass es den nicht mal gibt. Das ist echt schade, weil es war ein guter Wettbewerb. Der hat Spaß gemacht. Manga oder Revolverheld? Revolverheld lieber. Musik aus den 70ern oder aus den 90ern? 90er. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Sat.1 oder Vox? Vox. Besser? Bitte? Oder ist gleich? Egal. Vox oder Werder TV? Werder TV. Bessere Inhalte. Butter bei die Fische oder Zimmerduell? Ach so, ja, Zimmerduell. Musst du kurz überlegen, was das ist. Zimmerduell finde ich sehr interessant. Wenn euch der Quatsch gefallen hat oder wenn auch nicht, völlig egal. Abonniert einfach hier den Kanal oder hier gibt es noch mehr Videos. Viel Spaß. Bis zum Pi-ionsisch. Untertitelung des ZDF, 2020